Ich habe noch eine Frage zu Thomas Gottschalk. Ende November gibt es die letzte Wetten, dass Sendung mit ihm. Die gab es ja schon mal. Alle machen ein Comeback und kommen wieder. Aber verständlich, weil die Sendung ist ja großartig. Aber ja gut, was soll ich sagen? Letzte Sendung, irgendwann ist alles mal zu Ende. Jetzt hat er wahrscheinlich kapiert, es reicht jetzt wirklich und so weiter. Weil das große Familienfest ist nicht mehr so leicht zu erreichen. Das analoge Fernsehen hat sehr nachgelassen, muss man ganz klar sagen. Es geht alles runter. Wir haben in allen möglichen Bereichen viele Amateure am Start. Und was hier in Deutschland läuft zum Teil, ist wirklich verheerend. In Medien mit allem, vom RBB wollen wir gar nicht reden und so weiter. Aber das ist alles nicht gut, sage ich mal. Und natürlich hat irgendwann alles sein Ende. Und ich glaube, er wird das genießen. Die letzte Sendung sei ihm auch gegönnt, weil er hat damit Fernsehgeschichte geschrieben. Großartig war ein Vorläufer der frechen Zunge in der Moderation, wie Otto bei den Comedians so ein Vorläufer war. Aber insofern wünsche ich ihm eine supergeile Sendung. Es ist nur eine Frechheit, dass er mich nie geholt hat, obwohl er es gut kennt. Was macht ihn denn als Typ so besonders, einzigartig? Naja, er ist so ein bisschen ein Typ, der so wie er im Leben ist, auch auf der Bühne ist. Der verstellt sich nicht besonders. Und das ist Thomas immer gewesen. Weil ich kenne ja auch privat und so weiter, der quatscht auch so. Das ist sein Ding und er ist sehr locker. Er hat also normale Anspannungen, wie alle bei so einer Sendung. Aber der ist nicht nervös. Der macht das dann. Servus, da ist er, ja, der Gottschalk und so weiter. Das ist sein Ding und das hat er super gemacht. Und insofern, gut, man weiß nicht, was passiert wäre, wenn er weitergemacht hätte. Und diese Pause nicht entstanden wäre, werdet ihr sehen, so nach noch ein paar jetzt Folgen, jetzt zuletzt hin, vielleicht gar nicht so groß gewesen. Also insofern hat er vielleicht nicht alles richtig gemacht. Er hat ja auch immer ganz auffällige Outfits, Anzüge. Das war ja auch immer. Das war crazy. Das ist nicht mein Style, das ist nicht mein Ding. Ich bin ein bisschen normaler. Aber das war immer sein Ding. Und ich finde das crazy und wirklich gut. Das hat ihn ja auch ausgezeichnet. Und so kommt er raus. Ich bin mal gespannt, ob er mit dem Erogesenschnitt kommt oder was bei der letzten Sendung. Da wird schon noch was passieren, denke ich mal. Zurecht. Er hat ja auch viele Weltstars zu Gast gehabt. Wie geht er mit den Menschen um, auch mit den Promis? Gibt es da Bemühungsängste? Na, der Thomas ist sein, weil der macht sein Ding. Und er mag sich selbst auch sehr gerne und so weiter. Und er ist nett zu den Leuten. Und meine, das ist ein guter Grund. Damals war ja auch der Unfall mit dem Koch. Damals bei der Wette, dass er aufgehört hat. Aber grundsätzlich ist Tommy, mit dem kannst du, wie man Waldreinwuss schreitzt, raus kannst mit dem umgehen, locker flockig. Also da kommt er schon wunderbar zurecht. Und er hat vor allem auch überhaupt keine Hemmung, was große Namen angeht, weil er selber einen großen Namen hat. Und insofern ist er da locker flockig. Ja, klasse. Vielen Dank. Gerne. Danke.